und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play paper mario die legende vom ionator bomba dein kampf beginnt folge mir du hast abgeholt also dann viel glück wohl aber doch nicht ich will mich erst mal hier umgucken kann ich eigentlich hier die gegner hier so weg boosten die sind gegen wind geschützt scheinbar nicht vielleicht hier so stoff attacke machen okay dann gehen wir doch mal zum ersten kampf ich folge dir auf schritt und tritt gegen fünf gummas das ist unfair wir sind zwei und die sind fünf es folgt der kampf zwischen den gumma brüdern bekannt auch als kosmische steinköpfe und dem vielversprechenden newcomer bomba luigi die gumma brüder warten schon ungeduldig im ring auf ihren gegner also wie fühlt ihr euch heute wir sind total heiß auf den kampf bomba luigi heißt der kerl uns warten zu lassen ist ziemlich dumm von ihm aber wir werden den grünen schnabel schon manieren beibringen vielleicht sollte er schon mal die ambulanz bestellen endlich betritt bomba luigi den ring jetzt zeug von selbstbewusstsein als newcomer gleich zu spät zu kommen also ich werde dir kurz die regeln erklären auf ihn was für ein niederträchtiger pack von dem gang greifen die schon an vor dem gong die besiegen wir mit links das wird ihnen noch leidtun hey das wird die begrüßung für zu spät kommen bedankt euch artig sagt dem publikum mindestens eine show einlage hier bitteschön eine show einlage und dann kann mario einfach mal mit erdbeben die hier weg machen level abzieht sich aber diese vorgegriffen wasser du hast gezeigt bomba du hast gewiegt bomba ich sollte lesen werden aber sag uns wie war der erste kampf für dich dankweilig habt ihr das gehört an diese worte werden sich noch generationen nach uns erinnern es war ein fantastischer kampf und ich zähle auf dich für die nächste begegnung nun du bist der neue hate ich bitte um applaus bravo bomba luigi applaus applaus ganz und gar nicht über für den ersten fight bomba aus dir könnte mal was großes werden eine sekunde hat sie ja gerade gelesen ich muss kurz weg mal vergessen weiter zu drücken ja aber ich muss jetzt weiter eine gage kriegst du von tutsu war mani 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 bitte deine gage exakt fünf münzen wow gleich so viel mario steigt auf rang 19 auf dein rang wurde erhöht weil du die auflage erfüllt hast wenn du bereits zu einem neuen kampf bist wähle wieder ranglistenkampf am computer deinen aktuellen rang kannst du ebenfalls am computer erfahren bis zur festlegung deines nächsten kampfes kannst du dich frei bewegen also bist deine ich möchte direkt in den nächsten kampf hey queenhorn wie war dein erster kampf ich bin marono kämpfer in der zweiten liga genau wie du ich hoffe wir werden uns gut verstehen das da ist bombasto le fantastic bombasto hallo wenn wir aneinander schon so für mich vorgestellt werden lass mich dir eine rate geben wie tot skofer gesagt hat solltest du dich wirklich strikt an die anweisung vom chef halten gelingt dir das nicht erhöht sich den rang nicht auch wenn du gewinnst bombastos ratschläge sind manchmal ganz hilfreich frag ihn ruhig ab und zu nicht nur manchmal mein rat ist immer gut das hier ist samum hehehehe meist bin ich nicht hier aber wenn du mich siehst sprich mich ruhig an übrigens wenn du dich ins bett legst werden kp und bp aufgefüllt in dem kuscheligen bett des champions wird sogar die sterne energie aufgefüllt und das hier ist felshelm hey marono tut doch nicht immer so als wären wir alle freunde er ist nicht gerade die liebenswürdigkeit in person das sind alle die zurzeit in diesem zimmer untergebracht sind wenn du irgendwelche fragen hast sprich einen von uns an ach und wir müssen bestimmt auch mal gegeneinander kämpfen gut dann möchte ich erstmal kurz kp und bp heilen wir haben ja alle beim schlafen zu sehen dann rangtesten kampf jetzt gibt es sogar freundschaftskämpfe hallo bomba du möchtest dich also zum kampf anmelden also gut dein folgender gegner ist gegenwärtig auf rang 18 du kämpfst gegen die panzerkämpfer im folgender kampf solltest du mindestens eine partnerfähigkeit ansetzen kapiert das publikum steht auf teamwork da darf man seinen mitstreitern nicht hinter berg halten steige uns dass du mehr als ein langweiliger einzelkämpfer bist oh sieht so aus als hätten wir die ehre gegeneinander anzutreten dann hole ich schon mal kupio raus die bombe hat dann kampf beginnt folge mir die larynx war nicht richtig aber i do care jeder fliegt das ist unfair dein gegner im folgenden kampf sind der kawalklempner bomba luigi und die unterdringlichen und durchdringlichen die panzerkämpfer wir schaffen das also los bomba wir sind zwar in derselben garderobe aber erwarte keine gnade im kampf das let's fight let's get the show started nur zumindest einmal eine partnerfähigkeit aber zuerst mal möchte ich warte mal kurz ähm einmal kurz wechsel damit ich direkt mal scannen kann panzer koopa das ist ein panzer koopa die farbe ist etwas anders als bei normalen koopas maximal bei 4 angriffskraft 2 verteidigung 1 er kann nicht mehr als ein normaler koopa auch du kannst sie besiegen du solltest marono nicht zusammen anpacken ihr bleibt trotzdem freunde dann einmal die stampfattacke so nice so geblockt so dann kannst du auch nochmal den panzer para scannen das ist ein panzer para also ein etwas verfärbter para koopa maximal kp 4 angriffskraft 2 verteidigung 1 er kann nicht mehr als jeder normale para koopa seine verteidigung sinkt auf null wenn er auf dem rücken liegt meine kopfnuss ist übrigens auch ziemlich effektiv also auf in den kampf machen wir erstmal den panzer koopa hier weg wunderbar ich wollte eigentlich konnten hat nicht so wunderbar funktioniert level up ähm orden bp kp ich nehme kp und der gewinner ist bomba luigi das war ja ein kinderspiel definitiv bitte deine gage exakt 6 münzen mairo steigt auf rang 18 dein rang wurde erhöht weil du die auflage erfüllt hast ich lasse dich jetzt alleine also man sieht sich du kämpfst nicht schlecht und diesmal hast du uns sogar geschlagen aber das nächste mal werden wir dich besiegen ok ich bin bereit für den nächsten kampf hallo bomber du möchtest dich also zum kampf anmelden also gut dein folgender gegner ist gegenwärtig auf rang 17 du kämpfst gegen das poky trio im folgenden kampf solltest du mindestens eine sterne attacke nutzen echte dramatik braucht höhen und tiefen bring uns also ein highlight und zeige mir einen guten kampf bomba dein kampf beginnt folge mir im ready to poky die gegner im folgenden kampf sind der krawallkleppner bomba luigi und die gestachelten das poky trio wir lassen uns niemals besiegen auch nicht von deponia äh ich heute spiel wenn du uns nur anfasst wirst du schon dein blaues wunder leben so wie harvey let's get the fight started ich musste den bringen I'm totally sorry nur zumindest eine sterne attacke aber erstmal möchte ich scannen das ist ein poky pokys sind kaktus monster mit fiesen stacheln maximale kp 4 angriffskraft 3 verteidigung 0 pass auf die stacheln auf wenn du springst tut das bestimmt ziemlich weh pokys werfen mitteilen ihres körpers oder fallen auf dich drauf außerdem rufen sie gerne verstärkungen lass sie uns schnell besiegen ok dann setzen wir doch einmal maxi beben ein ich hoffe diesmal kriege ich es besser als letztes mal Mist das wird am ende dann doch ein bisschen zu schnell und dann noch mit den 1 sekunden mini delay kann ich schon verheirrend werden aber es hat gereicht und der gewinner ist bomba luigi so geht das bitte deine gage exakt sieben münzen Mario steigt auf rank 17 dein rank wurde erhöht weil du die auflage erfüllt hast das kennst du ja schon ich lasse dich jetzt alleine also man sieht sich ich würde mal sagen ein kampf passt noch rein hey bomba da bist du ja wieder und hast du wieder gewonnen du siehst topfit aus weißt du du bist mein großes vorbild kommst du wohl her du weißt genau dass ich dir verboten habe da rein zu gehen also hör damit auf du solltest langsam lernen regeln zu befolgen und du solltest aufhören mir ständig nachzulaufen das finde ich nämlich ganz schön nervig wenn du nicht machst was ich dir sage fliegst du raus kapiert schon wieder sammeln tut mir leid dass ich diese nöklare mitgebracht habe marono mach dir nichts draus sie spielt sich immer so auf ich mag sie irgendwie nicht aber warum rennst du ihr auch dauernd nach einfach so halt aber was auch immer ich gehe dann mal wieder naja start für den nächsten kampf hallo bomber du möchtest dich also zum kampf anmelden also gut dein folgender gegner ist gegenwärtig auf rang 16 du kämpfst gegen die knochenwerfer im folgenden kampf solltest du keine bp verbrauchen ich möchte sehen wie du mit einfachen mitteln im kampf zurecht kommst zeig mir einen guten kampf wie keine blumenpunkte nooo bomber dein kampf beginnt folge mir ok das sind nur drei ach die juts ach die kimen dein gegner im folgenden kampf sind der knallkawallklempner bomba luigi und die knarzenden knochen und die knochenwerfer wir lassen uns niemals besiegen und ihr wird nicht mehr als ein skelett übrig bleiben let's 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 das ist jetzt mal nicht lustig das ist sowas von blöd das heißt wir haben eine runde die 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 uns angreifen kann uuuh da baut sich erstmal so ein freund hier so ne so ein freund angriff des plus brauch ich nicht kopf kann man einfach mal 8 schaden ne uuuh bing und der gewinner ist bomba luigi so geht das bitte deine gage exakt 9 münzen mayo steigt auf rang 16 hoch dein rang wurde erhöht weil du die auflage erfüllt hast ich lasse dich jetzt alleine also man sieht sich schon wieder gewonnen man du bist wirklich der hammer du bist der vielversprechendste kämpfer den ich jemals gesehen habe mach weiter so verdammt ich habe einen blick für so etwas aua sei ruhig mein bein alles ok pass hier an aua hier lang halt aus mama aus dem weg da scheint einer so stark verletzt zu sein dass er ins krankenhaus gebracht wird aber schließlich wird hier gekämpft das passiert hier halt eben etwas öfters ok 18 minuten einkampf ist noch hallo bomber du möchtest dich also zu kampf anmelden also gut dein folgender gegner ist gegenwärtig auf rang 15 du kämpf gegen lakiton partner im folgenden kampf solltest du keine sterne attacke nutzen auf das gehen wir hin keine lange inszenierungen ich möchte einen soliden kampf sehen ok zeig mir einen guten kampf das gehen wir hin ne gumprina bombard dein kampf folgend folge mir im ready to fight wir haben die letzten runde schon gewonnen dann gewinnen wir diese runde auch wieder dein gegner im folgenden kampf sind der krawallklempner bomber luigi und die bomber truppe lakiton partner wir lassen uns niemals besiegen gegen unsere gefährliche angriffe hast du nicht die geringste chance let's hide das ist keine sterne attacke nutzen ok ähm denn du doch schon mal lakiton cool das ist ein lakiton lakiton sind koopas die auf wolken reiten maximale kp 5 angriffskraft 2 sie werfen mit stachie eiern wenn sie stachie eier tragen solltest du nicht auf sie springen wir sollten sie rasch loswerden bevor wir hier von stachies und singel sind man weiß schließlich nie wie viele stachie eier so ein lakiton dabei hat das ist wahr und ich darf ja jetzt auch hier tatsächlich blumenpunkte einsetzen also ist der schon mal weg so technik und dann einmal ein stachie das ist ein stachie die stachie der stachies verursachen riesigen schaden ich meine natürlich die stachen der stachies hab ich schon stachie gesagt maximal kp 3 angriffskraft 3 verteidigung 3 solange du nicht umdrehst verpuffen angriffe so gut wie wirkungslos also solltest du dir alles so schnell möglich umdrehen anstatt zu springen nimmst du am besten power blöcke wegen der stachel ich glaube das habe ich sogar nicht ne ist jetzt blöd versuch mal erdbeben kann nix gebracht gleich jetzt ne jetzt hat es was gebracht niceo also was dann kannst du schon mal naaa ich wollte eigentlich sagen ne showeinlage du machst einfach mal kurz den normalen hammer wir haben den tot gekontert und der gewinner ist bomba luigi das wäre ein kinderspiel bitte deine gage exakt 10 münzen mario steigt auf rang 15 hoch dein rang wurde erhöht du kennst es ja schon ich geh da mal man sieht sich ich brauche neue brille oder kotter glänzen der hot dog stand draußen soll was neues im angebot haben wo wohl ein ganzes bubu ei drin ist wusstest du dass diese hot dogs deine kp und bp im kampf wieder auffüllen können ich nahrhaft keine sorge ich kriege keine provision ich bin einfach nur begeistert probier es doch mal ok warte ist das jetzt bei einer sache habe ich mich wirklich gespoilert und zwar dem partner zu diesem kapitel und zwar nämlich joshi bei diesen farm kombination weil ich möchte eine bestimmte farbe haben und wenn es das jetzt ist dass es ist muss ich eh nen timer setzen muss gucken ich muss mich nochmal informieren genau ich nehme ich denn hier jetzt wieder raus hier boah ich hoffe ich finde den weg wieder zurück was ist denn jetzt hier los naja ganz schön hart so beliebt zu sein streng dich ein bisschen anders schaust du es vielleicht auch so ein blick hier einmal alle tot hier durch die gegend schlagen oh nein ich bin verloren mein eis geflohen kann es denn nicht irgendjemand wieder einfangen i'm doing my best oh nein ich muss wohl erst fliegen lernen um mein ei da wieder runter zu bekommen steh nicht drumrum überleg dir wie man mein ei kriegen könnte ich schläft ist oben eigentlich auch ein speicherblock nö aber wir können ja schon mal dahin fliegen ich habe genau in die falsche richtung gedrückt und es mir ist aufgefallen es ist schon zu spät war gut dann sage ich jetzt aber an dieser stelle dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal bei paper mario die legende vom millionentor bis dahin tüdelü